Du edles Wild! Aber wie Jüten wohnet der Mensch und hüdet sich ein in verschämter Gewalt, denn inniger ist, ach, Sammer auch, und dass er bewahrt den Geist, wie die Priesterin die himmlische Flamme, dies ist sein Verstand. Und darum ist die Willkür ihm und Hörer mag zu fehlen und zu vollbringen, den er gültig ihm ließen. Der Güte gefällig ist es! Die Sprache Darum ist die Güte gefällig ist, die Sprache dem Menschen gegeben, dann verschaffen, zerstörend und untergehend und wiederkehrt zur Ewiglebenden, zur Meisterin und Mutter, damit erzeuger, was er sei, geherbe zu haben, gelern von ihr, ihr Göttlichste, die allerhaltende Liebe. Die Sprache 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 erscheidest. So birgt der Dichter Verweegner! Möchtest von Angesicht zu Angesicht Die Seele seh! Du gehest in Flammen unter Möchtest von Angesicht zu Angesicht Die Linie und das Leben sind verschieden Verschieh! Wie Wege sind und wie der Berge kranzen Wie Wege Was hier wir sind Kann dort eine Gott ergänzen Mit Harmonien und ewigen Lohn Und Friede Friede Wie Wege Zur Blindheit überredete Auge Hier eine Rätsel ist rein entsprungenes Ihre Erinnerung an schwimmende Hülde Die Schirme mühend umschwitzt Besuche ertrunkene Schreiner Bei diesen tauchenden Worten Kimmel 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 Der Patriarchen, er dürfte, sprich er von diesen Zeit, Er dürfte nur lallen und lallen, immer, immer zu, 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 zu. Der Patriarchen, er dürfte, sprich er von diesen Zeit, er dürfte, sprich er von diesen Zeit,